Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2 mit dem Klaas. Hallöchen. Und ich bin hier der Barkeeper. Kleingewachsen, aber fein. Was hätten sie denn gern? Wir haben hier Augustina. Wir haben auch San Guccino. Loll. Bitte lieber hier, lassen Sie unseren Dresen stehen. Oh, Alter. Die Framer-Brüche. Ja, bei mir auch. Erst mal Muni kaufen, sagst du. So, und in der letzten Folge haben wir so einen kleinen Mongo-Zwerg, der auf so einem Viech geritten ist, gekillt. Und ich muss jetzt hier wieder Sachen verkaufen. Die Pistole... Ne. Ah ja, stimmt. Verstecken. Dann 73, 66. Boah, die Waffe hier kostet 617. Die kann anscheinend was? 68. Die kann nix. Die auch nicht. So. 75. Aha. Aha. Die Sniper behalte ich noch. Gibt's hier ein Schild im Sonderangebot? Ne, Schild kann nix. Aber wo Schild? Habe ich noch ein Schild? Ja, das hier. Das muss ich noch ausrüsten. So, dann hauen wir das mal rein. Zack. Es gibt irgendwie nur Shotguns und Pistolen. Nö. Es gibt noch Sniper und noch so Misch. Ja, aber jetzt, wo man findet. So hauptsächlich. Hallo. Sind doch noch im Early-Game. Early-Access und so. Entschuldigung. So, mal schauen, was die Waffe sind. Die sind alle kacke. Oh, geil. Alter, wie geil das sind die Waffe. Halbtot? Ah, dann kriege ich wieder hin. Das Ding prallt von der Wand ab. Hui. Was, was, was? Schnell, 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 schnell. Hui. Bumm. Hui. Bumm. Ah, schade. Warte, das ist falsch abgeprallt. Ja, bumm. Ja, bumm. Da kann man auch um die Ecke pwallern. Wie geil ist das denn? So. Und wir gehen jetzt erstmal zurück und geben die Mission ab. Hui. Warte, Badass Run. 60. Was bist du? Äh, erst Tab drücken. Äh, wo sieht man das immer? Äh. Tab und dann auf den Orden. Achso, Tab, Orden. Bild Ladegeschwindigkeit. Äh. Feuerraschel. 81, und du? 60. Hahaha. Ich mach einfach mehr Headshots. Ich hab gerade eben 20 Headshots in der letzten Folge gemacht. Ja, ich hab jetzt gerade nur 20 Frames. Das ist gerade ein bisschen kackig. Achso, ja, weil da hinten noch Partikel rumliegen wahrscheinlich. Ja. Die dein PC verarbeiten muss. Alle. Machen mehr Headshots. Weniger Staub. Sind jetzt hier wieder Viecher in der Luft? Ja. Sniper Übung, sagst. Ähm. Tod. 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 Mist, Mist. Tod. 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 Ich muss nachladen. Ja. Da kommt Viecher auf mich zu. Tod. 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 Hihihi. Ah, das ist schön. Tod. Ah, der hat sogar ne Waffe fallen lassen. Hey. Warte mal auf mich. Hier ist noch ein Pullimon. Haha, den hat's zerfetzt. So. Alles klar. Wunderbra. Hause weg. Hause alle weg. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Alter, meine... Meine Schrufchen ist irgendwie... Die schießt 1000 Raketen ab oder so. Schieß mal da gegen die Wand. Schieß mal da gegen die Wand. Warte. Ich hole nur das Geld hier. Warte. Warte, einfach nur in den Luft schieß. ja ist ja cool oh mein gott das war scheiße geschossen so müssen wir glaube ich wieder zurück ein Schild um Double Kill mit der Schraubflinte hause weg hause weg ähm warte ich schau mal meinen kurz an lass mal den kurz stehen der auf dich springen das war ja mal 4 Schuss oder 5 von 25 effektiv ja war ja schießt glaub ich mal 2 Schuss raus oder ja schießt immer 2 Schuss raus so Symbiose haben wir abgeschlossen was haben wir denn noch für äh Carvas oder? und dagegen glaube ich sogar nix mehr beste Handlanger aller Zeit lass uns da machen verteidigt Claptrap ach so das ist jetzt die Hauptmission Reise abgebrochen Klaas ist in einem Menü du darfst nicht ins Menü gehen wieso normal nicht äh komm her ich bin heiß komm her das ist geil das sieht geil aus die Waffe die will ich haben oh ja hier sind wieder Bullymonks joo endlich ähm welchen Damage pass auf die kommen rein sprayen nein weg die Sau ja nächstes Level so ich bin schon 7 alter ja und du? 6 noch aber wie genau mir fehlt noch ein Ball warte da vorne rennen wieder welche weg die Sau verdammt das war es aber unabsichtig oder? nein das war Fodeabsichtig äh weg die Sau weg die Sau weg die Sau weg die Sau verdammt das war doch kritisch du Wichser da ist sicher so äh ich muss kurz n Skillpunkt verteilen was muss ich ich glaube ich geh auf Nachladegeschwindigkeit Nachladegeschwindigkeit was war das K L ja K ist es Nachladegeschwindigkeit wo ist das? Magazin Größe oder Menge mit der mit führbaren Munition das ist eigentlich das Ende beim beim Gunsracken fallen deine Waffen umso schneller und du lädst schneller nach je länger du einen Abzug gedrückt hältst wie geil ist das denn und hier komm her Bruder Actionskill Erweiterung drücke beim Gunsracken F um deine Feinde zu verhöhnen und sofort die volle Gesundheit zu erhalten alter wie geil ist das denn und was ist das beim töten eines Feindes wird ein Teil des überschüssigen Schadens den du verursacht hast dem Schaden deines nächsten Schusses hinzugefügt wie geil ist das denn ich weiß nicht auf was ich gehen soll Lauftempo alles Nachladetempo ja geh auf das ich geh auf Muckis so heißt mein aus so heißt dieser Ausbildungszweig Muckis ich hab Muckis auf den Muckis so sind auch wieder welche? ähm du zuckst voll bei mir du zuckst voll bei mir ja ich läuft so so seitlich also seitlich ja das sind welche einer ist weg boom boom schakalaka boom komm verreck ich kann hier nicht mehr in Ruhe nachladen warte mal schnell soo alles klar wo ist auch einer? was schießt denn da? ähm oh der schießt wieder auf Flugfiecher in der Klasse haha der killt sie aber das war cool soll man noch mit hochfahren zur Waffenkiste? wir gehen jetzt noch mal kurz zum zum Sir Hammerlock und dann dann gehen wir zum Claptrap der ist links und hier sind glaube ich welche beim Dorf oder? ja mach die Knobel auf hack die Sau 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 hab grad viele Headshots gekillt du hast sie grad du brennst grad bei mir ich find schön wenn die grad auf einen zugeflogen kommen hihi bumm so hat man's gehört? nö doch doch den Elke werd man schon gehört na verdammt so ich geh schon mal zum oh da kommt Flugfiecher ich sehs auf der minimap ha hu 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 natürlich weil ich seh ha 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 skillshot alter töte 20 Freunde mit Explosivschaden 10 von 20 gell herausforderung verteidige Claptrap Claptrap ja ja das ist weiter unten aber ich muss jetzt zum Sir Hammerlock wegen der alten Quest so Sir Hammerlock schalte diesen Kopf für das Schnellwechselsystem frei wenn es aus deinem Inventar heraus verwendet wird wie kalt ist das denn? wir haben den Kopf bekommen was für ein Kopf? ein Kopf ein Kopf Kopf freigeschaltet komisch du hast soeben einen neuen Skill für deinen Charakter freigeschaltet bei deinem nächsten Besuch an der Schnellwechselstation kannst du deinen neuen Look ausprobieren wie geil ist das denn? so ich komm zu dir aber ich kauf noch schnell Muni Munizion bis 77 ist die wert 570 aha so ich komm zu dir lass es nicht so sehr krachen so ich würde sagen wir gehen jetzt weiter in der Hauptmission bist du schon bist du schon die Hauptmission? ja das ist die letzte die wir haben warte ich habe auch keine mehr geh auf L ja beste Handlanger aller Zeiten oh ja das sind wohl wir ne er ist unser Handlanger wir drehen den Spieß um ich würde noch nicht da reingehen du weißt das ist ein Endgegner haha auch das Fassschießen ist witzig weg die Sau weg die Sau sind da noch welche? ich sehe da keinen mehr äh oben ist glaube ich noch einer ah ja da kommen grad neue raus weg die Sau ich muss schon Headshots machen es gibt extra xp deswegen bin ich auch so weit vor dir ach ich halte einfach drauf hier so ab dem hier ne ich muss nur noch auf den Kopf zielen hier war doch noch irgendwo eine da ist eine Waffenkiste genau ich weiß es noch ja so weit waren wir auch schon beim letzten mal ungefähr ist du was drin in der Waffenkiste? ne ich bin da noch nicht oben komm mal mit komm mal her äh ich glaube da müssen wir wieder so hoch hier da da auf das da komm her ich zeig's dir da drauf da drauf da aha aha und dann hier rüber ja was ist da drin? schilde 161 grad das gefällt mir das ganze nächste das ist besser als meins ja dann nimmst du dir ja nur von der Kapazität wärs besser ansonsten Ladegeschwindigkeit gleich und Ladeverzögerung ist es schlechter ich nehm die zwei billigen nehm du ok nimm du's so da oben noch was warte das kann man hier rüber da ist auch Geld ne da kommt man nicht hoch ach das ist eine Leiter ich morgen nur hier ganz oben gibt's hier noch was? ne nur Munition äh da war ne Waffe drin ok ok hier hat man auch rüber springen können kann man das hier kaputt schießen wieder? äh ich hab noch Skillpoints fällt mir dort ein ja ich hab meine jetzt auf ganz rechts geskillt das heißt bei mir Mookies hab ich vorhin schon erwähnt ich bekomme HP zurück und renn schneller und lade schneller nach inzwischen und Magazin ist auch erweitert beim oh oh mhm ok pass auf ich geh mal ein bisschen aufleben das war ein Selbstmörder grad hat der ein Pferd? hat der ein Pferd? ja ok Endgegner wuhu oh ne bum bum jetzt gehts los ja den kenn ich noch bum und sein Bruder Beem äh Biom bum keine Ahnung jetzt wirds rumsen sagt er ok ich weiß noch der Beem hat ne Schrotflinte da darfst nicht zu nah rangehen die dicke Bärte mach ich grad platt ok ok ich schieße auf 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 die dicke Bärte ist platt ich schieße mal auf den kleinen Bruder da ich auch alter alter die ist ja schon kaputt die ist schon weg die Musik finde ich geil da kommt er was schon wieder gefressen hat haha ok jetzt hab ich richtig ne gute Waffe dafür sind beide fast down ne ne nur der Beem nur der Beem ok sind beide down alter 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 da sind die Partikel grad geflogen so hab ich die dicke Bärte jetzt echt kaputt gemacht verdammt die haben wir letztens nämlich stehen lassen weißt noch ja ja da kommt mir die nächste Waffe ab gern ja es kommt nämlich hier aus dem ich will spoilern jetzt mal ein bisschen jetzt kommen hier nämlich noch ein paar Gegner und die hab ich dann alle mit der dicken Bärte weggeschrotzt und dann sind dann so viele Partikel geflogen dass es beim Sandro nur noch 20 Frames hatte oh ja und da war ein Auto nein das war ein Roller ne ne ja komm Claptrap her aufzulabern ich steh nur hier ja oder soll ichs für die für die für unsere Zuschauer für unsere Zuschauer für unsere Zuschauer ja du kannst noch kurz links gucken alter hast du schon ein Klo geöffnet ah ja dann da fliegen die Partikel ich hab noch 50 Frames und du 19 ja das kommt schon mal 23 so auf dem Claptrap sagst mach also jetzt kommen die Gegner warte Wuhuuu wieder geflogen ist rechts hast du ihn gesehen? oh ja Wuhuuu Badass Rang und bam bam das müssen wir rein komm schon da links steht noch einer der steht der lebt noch warte der ist oben siehst du den der ist da hingeglitscht der ist da hoch geflogen lass mich mal rein ich will auch mal lebt hinten noch ne der ist tot hallo hallo und sterb hallo da kommt noch mehr huiii ja lass mich mal rein los hallo ja ok du kannst rein ich geh da vor und mach dir jetzt so weg komm hauen weg der da rechts he moni sagst da kommen keine mehr oh ja super wegen hä 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 quand même dreißig bilder sagst Und ich bin wieder voll. Liegt eine Waffe drin. Wieso nimmst du die nicht auf? Weil ich voll bin. Ich bin auch voll. So, hier kommt man doch bestimmt hoch. Nein! Ja, komm, hüpf. Hüpf. Komm man hier hoch? Ah, so. Oder auch nicht. Okay, weiter geht's. Ich hab gedacht, da oben ist eine Waffenkiste. Äh, kommt doch nicht gleich der nächste Gegner? Oder gibst du nicht? Gibt's hier irgendwo Kissen, wo man verticken kann? Oh Gott. Ich bin voll. Ja. Geh mal zurück. Hm, gibt's hier vor nicht irgendwo... Ah, so ein Ding zum verticken. Echt? Ich treff gleich gar nichts. Da kommt ein Flugflieger auf dich. Oh, ja. Lebt ihr noch? Ja. Haben. War super. Was denn? Warum? Ich hab'n fast dauernd. Wieso? Ich hab dir nur geholfen, weil du so lange zum Nachladen gebraucht hast. Was ist denn da? So. Seh' ich da irgendwo... Ne, ich seh' da keine Stores. Okay, gehen wir einfach weiter. Hui. Oh, was ist das hier? Was ist denn das hier? Achso, okay. Oh ja, die Geräusche, wenn man einen Krapchap anzündet, sind einfach unver... ...vergesslich. Wunderschön. Für die ganze Familie. Wunderschön. 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 Der Sniper... Der Sniper ist ziemlich zielgenau. Muss ich schon sagen. Sturmtrop. Halt auch schon noch, äh... Wo man... Wo man Sachen verticken kann. Shops. Geld, geld, geld. Ich hab' fast 2000 zusammen. Ich hab' 1805. Warte. Ah, da sind sie. Ich hab' sie grad gesehen. Ah, ich muss mich übergehen. Warum? Ja, war klar. Achso. Ich häng. Das ist mein Job. Oh, den zersetzt's grad. Alter, Säudeschaden ist geil. Das ist ein Geschütze gesetzt. Weil da viele waren. Nein, so viele waren da auch nicht. Halt die Klappe da oben. Willst du das Report machen? Nein, geht nicht. Wahrscheinlich kann man nicht. Alter. Ach, und jetzt mutlest du dich nicht, oder wie? Ich hab' noch nicht. Ich hab' aufgepasst. Dieser... Ah, wechsel die Waffe. Willst du den? Hier ist ein Waffen... Äh, Kistchen. Okay, ist wieder nur Schrott. Ich bin aber leider voll. Ich bin auch voll. Ja. 780. Dann schmeißt die billigen weg wieder. 94? Okay. Alter, ich hab' hier Sachen, die sind, äh... 29 wert. 30, 27. Wieso hab' ich so'n Schrott dabei? Soll ich die mitnehmen? Okay. Ich nehm' eine mit. Oder wolltest du die schnell, Feuerwaffe? Ich wollte die ja eigentlich haben lassen. Äh, ja. Was jetzt? Ja, ich wollte die ja eigentlich haben. Kann er mal die Klappe halten? Das geht nicht kaputt. Alter. Geil. So, ich würde sagen, bevor wir weitergehen, wenn wir mal die Folge... Bleib stehen. Und... Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und mal schauen, was uns hier noch erwartet. Das ist der ehemalige Chef vom Clap-Trap. Mal schauen, was der sonst noch zu sagen hat, außer das Crap-Clap... Lalalala. Klapp-Klapp. Lala. Sprachbehindert. Schön schreit, wenn er brennt. Bis dann. Tschau, Leute. Und servus. Tschau, Leute. 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 Vielen Dank.